Ich bin gerade im Europa-Park in Rust und ich werde euch heute mal mein Setup vorstellen. Also ich habe hier ein Titus-Board, 8 Inch von Vladik. Daran habe ich die Titus-Achsen. Die habe ich jetzt mal zum Testen, ich bin vorher die Summler gefahren, ich merke irgendwie keinen Unterschied. Die sind supergeil. Kommen wir zu den Rollen. Ich baue uns STF, Kugellager, das sind die neuen Tornados vom Titus, die sind auch super. Dann kommen wir zu meinen Schrauben, auch Titus-Schrauben, da habe ich immer die zwei Silberne vorne. Das ist einfach eine Gewohnheit für mich, da komme ich am besten mit klar, weil ich vor dem Tinken ist. Ja, das war's für heute. Tschau, bis dahin.